Wir sind heute in Kitzbühel und ich darf euch hier eine sehr nette, knapp 80 Quadratmeter große 3-Zimmer-Mietwohnung in einer ruhigen Lage vorstellen. Küche ist neu gemacht worden, also niegelnagelneu. Alle Geräte, die man braucht, sind vorhanden. Ihr werdet sehen, die gesamte Wohnung ist sehr hell und lichterflutet. Jetzt da kann man sich dann einen kleinen Essbereich hergeben, also S-Tisch und Stühle, oder man gibt es hier im Wohn-Essbereich. Da haben wir einen offenen Kaminofen, also dass man das Feuer sieht, sonst haben wir natürlich Zentralhezung. Also man könnte auch da irgendwo noch einen Essbereich machen, beziehungsweise da wäre natürlich die Couch auch ganz nett. Also muss man schauen, wie man sich das macht. Man kommt da direkt, wenn man die Türe offen lässt, Küche, Wohnen, Essen, kann man alles schön kombinieren. Dann haben wir Schlafzimmer Nummer 1 mit Balkon. Man hat es hier absolut ruhig. Gehen wir mal raus, zeige ich euch natürlich gleich. Also, es ist eine schöne ruhige Lage hier, wo wir sind. Also, kleiner, feiner Balkon, jawohl. So, das war jetzt das erste Schlafzimmer. Dann gehen wir weiter. Badezimmer ist auch neu gemacht worden. Extra WC, ist auch immer sehr praktisch. Und auch alles neu saniert. Und dann Badezimmer, Waschtisch und mit Dusche. Jawohl. Da hat noch einen schönen Waschmaschinenplatz. Auch wiederum ein Fenster zum Lüften. Also, alles tip top. Und dann haben wir natürlich noch das zweite Schlafzimmer. Schöne Größe. Auch alles neu gemacht, wie ihr seht. Also, die gesamte Wohnung ist serviert worden. Jawohl. Schauen wir uns das hier noch einmal an. Eingangsbereich. So gehen wir rein. Jawohl. Dann Schlafzimmer Nummer eins. Dann Badezimmer mit Dusche. Extra WC. Da können wir noch Garderobe machen. Dann haben wir unsere Küche. Jawohl. Dann geht es weiter im Wohnbereich. Beziehungsweise auch Essen. Wenn wir es großzügiger machen möchten. Dann schönen offenen Kamin. Und Schlafzimmer Nummer zwei mit Balkon. Ja, wir haben hier eine ruhige Lage. Es gehören auch Autoabstellplätze im Freien dazu. Und ein großzügiges Kellerteil. Wem ihr Interesse zu dieser schönen Mietwohnung in Kitzbühel in ruhiger Lage geweckt haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail.